Auf dem Weg zum Bus da vorne und gucken wir, dass wir weiterkommen. Ja, die beschweren sich schon ein bisschen, aber das ist Haltestellenbereich, Leute. Am Starten würde man aber eine Minute halten können hier und zu Harries Hähnchenbude gehen. Erwartet ihr denn? Ich hoffe, man hat hier mal meine Kasse nicht ausgeräumt. Naja, ansonsten, so ist es halt, ne? Da machst du nix. Dann einmal hier rechts, die Ansage wird auch gleich kommen gehen. Die Bürkengasse. Und jetzt die letzten paar Stationen verbringen wir zum einen ein bisschen noch in dem Uell. Im, das ist das Industriefviertel? Ne, wir schauen mal, Uell, müssen wir abbiegen. Linienführung, ja, wer hat denn die Linie geplant? Das Traurige ist hin im Spiel, äh, ja. Findest du leider immer selten einen Schuldigen außer dich selber. Ja, in dem Fall wird das dann wohl ich gewesen sein. Guten Tag, einmal einsteigen bitte. Guten Tag. Hallo. Ja, haben wir alle, haben wir alle. Ne, haben wir noch nicht alle. Was ist denn da? Da ist doch was. Das habe ich gesehen, ohne dass ich die Tür zugemacht habe. So, das ist, das ist, das ist, das ist der Busfahrerblick. Du siehst sofort, wenn dein Fahrgast an der Tür steht. Und du schön durch den Bus einmal Tür freimachen schreien kannst oder durchs Mikrofon schreien. Ach ja. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Gibt da auch so Busfahrer, die, oder Bahnfahrer, die haben ein Mikrofon und reden dann so, als ob sie keins hätten. Also die schreien da so dermaßen rein. Und dann gibt es allerdings die, die nuscheln da so langs leise rein, dass ich wirklich nichts verstehe. Ich glaube, das kennt ihr euch auch größtenteils. Aber, boah, die schreien dann so in das Mikrofon teilweise. Boah. Aber schon übte Teile, ne. Da machst du nix. Außer einfach, äh, beachten, was er sagt, ne. Das ist auch immer noch, finde ich immer noch ein Teil besser, als wenn du einfach nicht verstehst, was er sagt. Vor allem, wenn die Hälfte vom, äh, vom Fahrzeug dann irgendwie Kopfhörer im Ohr haben. Und dann endlich verstehen, was der Busfahrer sagt, da musst du auch mal ein bisschen mit Donnerwetter loslassen. Egal, ob es jetzt irgendetwas, ob es jetzt ein Anschluss für irgendjemanden ist oder eine Fahrgastinformation, was ja auch im Prinzip ein Anschluss sein kann. Nein, 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 meine Geldmörse. Hab ich sie verloren? Oh, da ist sie, ja. Wie dumm von mir. Ach, die habe ich ja bei Harry liegen lassen. Die beide Busfahrer mitgebracht. Oh, die riecht einfach nur ein bisschen nach Hähnchen. Ne, ist alles in Ordnung bei mir. Wirklich, braucht euch keine Gedanken machen. Ist alles super. Ist nun mal wieder schönes Wetter draußen, deswegen, das, äh, hat man so selten. Hier, dann stellen wir uns doch da mal hin. Und dann dürft ihr auch gerade einmal einsteigen. Einen, äh, schönen guten Tag. Niemand da. Die Kolonne verlässt schlagartig immer. Ist gut, aber es ist der Hauptbahnhof. Jetzt bestehen Umstiege zum Fern- und Regionalverkehr der Deutschen Bahn sowie zur S-Bahn. Hat das nicht noch jemanden? Der Gehirschschweige mit der Tür. Das ist der Busfahrerblick. Das ist einfach der Busfahrerblick. Schön, okay. Aber das war, ich glaube, das war mehr Zufall jetzt die ganze Zeit, als irgendwie können. Aber, das haben wir schon hier sehen, ne? Immer schön ein Blick in den Spiegel. Wie beim Autofahren, nur halt hier zugunsten anderer Menschen. Gut, das ist ja beim Autofahren auch nicht anders. Guckst ja auch zugunsten anderer Menschen in den Spiegel. Ja, und zugunsten eines eigenen Fahrzeugs beispielsweise. Aber das ist, äh, ja, das eigene Fahrzeug, ne? Und das eigene Wohl. Gut, aber beim Bus ist es jetzt halt so, da klemmst du wirklich nur den anderen Fahrgast ein. Hast du halt die Probleme mit der, keine Ahnung, mit dem... Beides ist alles nicht schlimm. Die Tür geht ja wieder auf. Also für dich mal so schlimm ist das alles ja gar nicht. Brauchst du nur da was reinhalten, die springt ja wieder auf. Weil das ist an der Drucklufttür meistens. Und sie hat jetzt ja nicht so den Anpressdruck, dass du da irgendwie jetzt großartig zerquetscht werden würdest. Von dem her, das ist alles nicht so schlimm. Von dem her, äh, können wir da auch... Na gut, nicht unvorsichtig damit sein, aber... Sehen wir das mal ein bisschen weniger kritisch. So, einmal rein. Hier genau, dann fahre ich noch diesen District hier ab. Also einmal diese Schleife da nach rechts, dann die Schleife nach links. Das ist dann auch so ein bisschen das, was wir heute noch mal machen. Oh, dann sind wir ja auch da. Möchte mal einsteigen vielleicht. Guten Tag. Okay, dann bekommen sie eins, zwei, drei mehrere Fahrgarten. Zehn Geld, sind wir bei 40 und 3. Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt, meine Dame. Und danke, mein Lieber. Oh, das hat noch nie jemand für mich gemacht. Mir Fahrgarten verkauft? Doch, ich glaube schon. Ob das Besonderes wäre. Für wen hat die drei Fahrkarten gekauft? Für alle ihre drei Persönlichkeiten wahrscheinlich. Keine Ahnung. Jo, der große Kreisverkehr, der fährt da raus. Der fährt wahrscheinlich auch raus. Oh. Ja, da ist jemand. Ich fahre dann mal, weil ich hab da... Ja, seit ich mal da so eine Begegnung mit so einem Fußgänger gehabt habe, da weiß ich, mit denen ist es nicht zu Spaß. Also, Busfahrgäste, das geht ja noch. Aber, ne, also das Fußgänger schon, ne, also da musst du dich echt davon fernhalten, von dem Bug. Das geht nicht anders, ne. Das würde man aber doch sagen dürfen hier. Ja, bitte alles ironisch sehen. Ach ja, ich will mich das halt. Oh, da ist auch wieder der Harry, der für Filialen hat. Ja, aber das ist ja... Das ist ja unglaublich. Ne, es ist wirklich. Also, der hat ja voll expandiert anscheinend in letzter Zeit. Aber... That's just how it is. Boah. Das geht nicht mal um den Kopf. Was Problem ist, wenn ihr das jetzt seht, dann ist das alles so so... Dann ist das alles schon wieder so ein bisschen inaktuell, aber... Bei mir ist das gerade auf brandheiß, das Thema, deswegen. Hervorragend. Genau, hervorragend wie der Song. So, alle mal einsteigen. Einsteigen. Dankeschön. Guten Tag. Zumindest ist mal einer zu mir vorne hergekommen. Ansonsten will auch keiner mit mir reden. Das ist in Ordnung. Also, vier Minuten zu früh. Also, eigentlich kannst du das keinem erzählen. Also, in jedem anderen Spiel würdest du dafür sowas von einer auf den Döns bekommen. Äh. Weil es auch einfach nicht geht. Aber hier ist das anscheinend optimal, ne. Überpünktlich sein ist super. Nächster Halt. Ich meine, es hat natürlich seinen Vorteil, wenn du an der Endhaltestelle überpünktlich ankommst. Aber überall, wo du halt Fahrgäste aufnehmen sollst, wird es halt schwierig, ne. Weil dann verpassen Fahrgäste den Bus. Ich meine, ich nehme mich da ja auch nicht aus. Ich bin ja auch einer, der dann wirklich irgendwie so die Fahrzeit immer verkanntbare Münze nimmt. Ich bin meistens auch immer sehr knapp am Bus. Von dem her ist das, äh, ist das gar nicht so abwegig, gell. Ich schau mal, apropos Bus. Ich muss ja auch gleich weg. Äh. Okay, gut. Das ist ein bisschen zu spät. Dank der Bahnbus-App weiß ich immer, wie viel der Bus zu spät ist. Ich weiß, dass er sechs Minuten zu spät ist. Das heißt, ich kann mal wirklich wunderbar Zeit lassen, auch für die letzten paar Meterchen. Ah, ist auch super. Hat auch durchaus seine Vorteile, wenn der Bus mal zu spät ist. Hoffentlich kriegt die Bahn noch. Ah, gucken wir mal. Jo, ist da denn jemand? Jo, da ist doch jemand, der mit möchte, ne? Also angenommen, mein Bus wäre jetzt die sechs Minuten zu früh. Ich glaube, dem würde ich die... Boah, da würde ich... Nee. Geht gar nicht. Ach ja, das ist nämlich immer eine Geschichte, wo... Ach ja. Die habe ich schon mal erzählt. In der einen Ruhe-Auffolge. Ach ja. Von Busfahren, die viel zu früh waren. Und ach, das war... Das war... Das war ein Spaß. Nee, war es nicht. Nee, das war wirklich die erste Saison dazu, wo ich wirklich gedacht habe. Nee, das musst du jetzt irgendwie bei den, äh... Beim Verkehrsbetrieb melden. Das kann es nicht sein. Was echt selten vorkommt. Aber so, dass die sechs Minuten zu früh gehen, das würde ich auch melden. Ganz ehrlich. Und ich weiß, das ist nicht die zu dieser Haltstelle, sondern die zur nächsten. Aber... Ja gut, das habe ich schon. Jetzt habe ich ja schon den Weg abgeschüttet. Da tut man natürlich leid. Aber hey. Was willst du da tun? Ich muss noch mal ganz kurz was gucken. Äh... Ja, die Po in der Nähe ist jetzt gerade nicht so, gell? Ja, nee, die Po in der Nähe ist nicht. Lass mal besser. Lass mal bleiben. Weil wir kriegen ja Bonuspunkte. Ja, ich bin vor die Bonuspunkte, Bitch. Nein, bin ich nicht. Oder? Bin ich das? Bin ich heute meine Bonuspunkte, Bitch? Ach komm, ich bin heute meine Bonuspunkte, Bitch. Wenn wir heute am Anfang aufnehmen, haben wir ein bisschen was versemmelt. Ja, deswegen sind es vielleicht Dinge, die wir ein bisschen ernst nehmen sollten. Wir müssen die Sorgen der Bonuspunkte ernst nehmen. Weil es mich echt mal interessieren würde, ob dann noch Story-Erweiterungen kommen hierfür. Wir haben jetzt da irgendwie in 60 Folgen, glaube ich, haben wir da größteils die Story durchgehabt. Ähm, ja, ist natürlich trotzdem eine ansehnliche Spielzeit. Aber manchmal wäre halt so die eine oder andere Mission, wo man halt so ein bisschen Langzeit-Spielfaktor noch ein bisschen erhöhen kann. Wäre auch nicht verkehrt, aber naja, ich gucke mal einfach mal, ob da noch was ist oder ob da noch nichts ist. Vielleicht ist es auch mal so ein Story-DLC, was nochmal kommt, weil ich habe ja gelesen, also damals, als eben das Sitaro-DLC rauskam, hieß es ja auch, dass das nicht das letzte sein sollte. Was kommt? Die Frage ist dann natürlich, ob das, äh, ob spätere DLCs dann wieder Bus-DLCs sind oder Story-DLCs. Keine Ahnung, was Story-DLCs ist. Ne, das ist eher so ein, das ist, glaube ich, eher so ein Fall für, einfach ein Update, finde ich. Das ist jetzt, äh, nicht so was, was man, glaube ich, in Form eines DLCs sich kaufen möchte, ein Story-DLC für einen Bus-Simulator. Ja, wobei, wenn er vielleicht noch eine Map, ah, ich weiß es nicht, also man kann so viel spekulieren, was da noch kommt. Aber, ja, es gibt ja ein paar Sachen, die werden ein bisschen cooler, ein paar Sachen, die werden nicht so cool, aber, ich meine, so Bustechnisch haben wir jetzt ja eigentlich so die, den Großteil ja abgedeckt. Also, klar, Solariswehr hat noch eine, ähm, Solariswehr hat noch eine Alternative, wo man sagen könnte, gut, das wäre jetzt noch ein Linienbus, der fehlt im heutigen Stadtbild. Weil sonst hat man ja hier eigentlich recht, recht ordentlich das aktuelle Stadtbild komplett abgedeckt. Also, Benz, die aktuelle Generation halt, dann MAN, die aktuelle Generation, dann hat man eigentlich echt schon den Großteil erschlagen. Weil, ich weiß nicht, VDM muss ja nicht sein und, ja, ich denke mal, wirklich, wenn, dann würde halt eben noch ein Solaris-Film, was hat noch so eine Idee wäre von mir, was da noch kommen könnte. Und, ja, sonst weiß ich gar nicht, wie das Map-technisch aussieht, ob das Spiel es überhaupt hergibt, da noch mehrere Maps irgendwie zu, äh, haben. Also, man kann ja auch nicht wirklich eine eigene Karte bauen, man kann nur die vorhandene Karte irgendwie so ein bisschen verändern, was natürlich auch so den Wiederspielwert immer so ein bisschen gering hält. Wäre natürlich ganz cool, wenn es irgendwie so eine Überland-Karte gäbe oder so. Ähm, ich meine, gab es da beispielsweise auch im Citybus-Simulator gab es da auch Karten, das ist alles von einem anderen Entwicklerstudio gemacht. Aber da hat man das auch über einen extra, äh, über extra Menü-Auswahlpunkte gelöst, welche Karte dann geladen wird. Und das war ja erstmal auch nicht dafür gedacht, da Karten großartig zu verändern, soweit ich jetzt noch weiß. Aber kommen sie rüber hier. Die können gerne rüberlaufen. Deswegen, also, Karten fände ich gar nicht mehr so verkehrt, weil das ist was hier, was wirklich so ein bisschen fehlt. Also, klar, du hast wirklich ein bisschen so die Abwechslung zwischen den verschiedenen Districts und so weiter, aber... Ist halt nicht mit der Kartenvielfalt, ist von Omsi vergleichbar. Ja, und dann wäre es dann in dem Sinne auch ganz cool, wenn man so ein, ähm, wenn man wirklich... Ja, also wirklich sehr unterschiedlich, also wenn die Karte sich signifikant von dem unterscheidet, was wir jetzt hier haben. Weil, wenn trotz dessen, dass hat die Bebauung stellenweise sich stark unterscheidet von den Gebäuden her. Hier mal ein Park, da mal ein großer Hauptbahnhof, da mal ein bisschen keines Wohngebiet. Ähm, ja, ist die Variante halt trotzdem so, ich weiß nicht mal, mittelmäßig. Deswegen, ja, bin ich da auch mal so ein bisschen gespannt. Ich muss eigentlich dazu sagen, dass hier wäre jetzt kein Spiel, was ich mir privat, äh, was ich privat spielen würde. Das ist jetzt wirklich größtenteils ein Ding, wo ich mir sage, ja, okay, das ist für ein Let's Play, kann man das machen. Aber für mir halt auch nicht und deswegen ist das ein reines Let's Play-Spiel. Und, ähm, abgesehen davon würde ich mich da auch nicht großartig dafür interessieren, außerhalb des Let's Plays. Wenn ihr macht mal, dass er da vorwärts kommt. Dankeschön. Ich habe es wahrscheinlich wieder zweimal gehupt, um mal die Hoop-Statistik wieder ein bisschen hoch zu zählen. Ich bin ja mal gespannt, wann der, äh, wann die Zählvariable überläuft. Das wollen wir auch mal so einen Überlauf erzeugen. Könnt ihr nicht wissen, was das ist. Das ist nicht schlimm. Braucht er nicht wissen. Ja, da werdet ihr euch für Informatik interessiert noch früh genug und wenn nicht, dann, äh, nicht. Jetzt mal alle in das Wood, ja. Ich und mein Holsch. Ich und mein Holsch. Jetzt können wir schon mal, komm, wir können mal ein bisschen bloß abrüsten. Wir passen die Abteilbeleuchtung, den Tempomaten aus. Da das Licht brauchen wir auch nicht mehr. Komm, fahren wir, der Rest ist einfach dunkel, ne? Dann können wir ein bisschen hier. Sparwortsache am Betriebshof, ein bisschen Abrüstarbeit, können dann früh an den Feierabend. Was natürlich nach einer Linienfahrt durchaus realistisch ist, gleich Feierabend zu haben, aber hey. So, jetzt kommst du mal her. Dann guckst du, dass die schleichst. Du auch. Ach, du bickst ab, ja. Sag das doch früher. Teil mir das doch mit. Du hast doch so ein tolles Kommunikationsmittel, das sich Blinker nennt. Penner. Das ist ja auch wieder rot. Warte, dein Betriebshof. Da links, okay. Also wenn ihr losfahrt, darf ich fahren, gell? Ich guck mal da selber noch ein bisschen. Vertraue dem da nicht so ganz. Äh. Wirst du, dass die Bremslichter alle nicht leuchten? Ja, das hat auch seine Berechtigung. Jodele. Hui. Dann sind wir ja auch schon am Betriebshof. Parken ja aber ganz schön zu hier. Holala. Vorwärts oder rückwärts einparken. Vorwärts reicht, glaube ich, auch. Ne? So, auf mit dem Tor. Rein mit dem Bus. Und das war's für heute. So, wer ist Motorabsteigen, war, glaube ich, das Wichtigste, gell? Ne, Aussteigen war, glaube ich, das Wichtigste. Genau, Aussteigen war das Wichtigste. So, Lille. Joa, Sterne, wie zu erwarten waren, verdient es nicht allzu groß. Aber ich denke mal. Das war's für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi.